Musik Der Stere Gun hat als Basis des Konzepts minimaler Vibrationen. Sein V-Schwanz kombiniert mit dem flachen Profil, laubt eine extrem stabile Position im Wasser und Bewegungen von minimal bis maximal. Für Weightless Technik ohne Jig-Kopf wirkt das flache Profil ein perfektes Wobbling und freien Fallen. Alle Charakteristiken eines Gunkie-Köders finden sich im Stillgang. 3D-Augen, der Flash-Effekt, die Lockstopftasche, den Kopf mit der Möglichkeit den Jig-Kopf an zwei verschiedenen Positionen zu montieren. Alles essentielle Eigenschaften, um auch unter härtesten Bedingungen noch zum Erfolg zu kommen. Erhältlich in drei Größen. 12,5 cm für vertikales Angeln. 9 cm und 6 cm sollten Ihre erste Wahl sein für Dropshot- und Streetfishing-Techniken. 10,5 cm für verabschieden Gunkie-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Technik-Kopf-Te Untertitelung des ZDF für funk, 2017